Ich versichere, dass ich Ihnen nichts Böses will. Wer sind Sie? Wer? Wer ist nur die Form als Konsequenz der Funktion des Was und Was? Ich bin, das ist ein Mann mit Maske. Oh, das kann ich sehen. Natürlich. Ich zweifle ja auch nicht Ihre Beobachtungsfähigkeit an, sondern stelle nur fest, wie paradox es ist, einen maskierten Mann zu fragen, wer er ist. Oh, verstehe. Aber an diesem verheißungsvollsten aller Abende gestatte ich mir, anstelle des doch recht verbreiteten Synonyms auf den Charakter dieser dramatischen Person einzugehen. Voilà! Ah! 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 Vielen Dank.